hallo schön dass du dir zeit für dich nimmst in den folgenden minuten möchte ich dich in die welt der farben entführen doch bevor du darin eintauchst mach es dir richtig bequem bereite dich vor du kannst diese farb entspannung im sitzen oder liegen genießen achte darauf dass dich nichts einengt zb enge schuhe am besten ist es sowieso ohne oder ein drückender gürtel schwerer schmuck sorge außerdem dafür dass du ungestört bist telefon oder wohnungsklingel sollten dich jetzt nicht stören dürfen es wird immer mal wieder vorkommen dass dich gedanken des alltags während der entspannung ablenken möchten das ist vollkommen normal setzte diese gedanken einfach auf weiße wolken am blauen himmel und lasse sie weiter ziehen nun hast du gut vorgesorgt und kannst dich nach und nach entspannen falls deine augen noch offen sind schließe sie nun bitte lass ruhe in dich einkehren atme langsam und gleichmäßig fühle wie sich deine muskulatur entspannt du musst nur nichts mehr halten kein sollen kein wollen kein müssen ruhe und entspannung breiten sich in deinem ganzen körper aus von einem kopf aus geht die entspannung in deinen ganzen körper vom kopf über die schultern in die arme bauch rücken gesäß oberschenkel knie unterschenkel füße du fühlst dich vollkommen wohl nichts ist jetzt wichtig nichts kann dich stören vor deinem inneren auge taucht nun ein großer tisch auf auf diesem tisch befinden sich viele farbtöpfe wunderschön leuchtend in allen farben des regenbogens stehen sie vor dir ein topf zieht deine aufmerksamkeit ganz besonders an sich dieser ist bis oben mit der farbe grün gefüllt ein wunderschönes leuchtendes sattes grün du schaust nur noch auf diesen grünen farbtopf näherst dich ihm weiter und tauchst ein in eine andere welt und plötzlich stehst du in einem raum einem raum der ganz der farbe grün gewidmet ist alles darin ist grün vollkommen harmonisch aufeinander abgestimmt stell dir vor wie dich dieses intensive harmonische grün umhüllt alles ist grün es gibt grüne wände einen grünen boden selbst die decke ist in harmonischem grün gestrichen und wenn du einmal an dir herunterblickst dann bemerkst du dass auch du ganz in grün gekleidet bist all deine kleidungsstücke sind grün du trägst sogar grüne schuhe vielleicht ein grünes tuch einen grünen hut alles ist in einem intensiven grün wenn du dich in diesem zimmer um siehst dann siehst du ein bequemes grünes sofa außerdem findest du in diesem raum einen grün gestrichenen tisch auf dem eine grüne vase steht mit blumen deren blüten ebenso grün sind stell dir vor du setzt dich auf das grüne sofa es ist sehr gemütlich und du betrachtest den grünen tisch du betrachtest die grüne vase mit den grün blühenden blumen der raum hat sogar vorhänge in grün und an der wand hängt ein bild das ebenfalls ganz in grün gehalten ist betrachte das alles in ruhe und lass es auf dich wirken lass das grün richtig in dich hineinfließen lass dich von dieser farbe grün richtig umhüllen und stell dir vor wie dich das grün langsam erfüllt stell dir vor wie dein inneres von einem sanften grünen licht erfüllt wird wie dein kopf von diesem sanften grünen licht erfüllt ist das grün fließt in jeder zelle deines körpers leicht wohltuend entspannend lass dieses grün in dich fließen und wenn du magst kannst du währenddessen deinen blick durch den raum schweifen lassen der vor deinem inneren auge entstanden ist vollkommen entspannt vollkommen entspannt ganz leicht vielleicht entdeckst du ja noch den ein oder anderen grünen gegenstand genieße die grüne umgebung genieße die grüne energie die deinen körper und deine seele erfüllt ich werde jetzt eine zeit schweigen damit du dich noch in ruhe umsehen kannst und all das wahrnehmen kannst was sich dir anbietet so und nun ist es an der zeit diesen raum wieder zu verlassen vor deinem inneren auge erscheint nun wieder der tisch mit den vielen unterschiedlichen farben und langsam entfernst du dich auch von diesem tisch vollkommen entspannt und ausgeruht und erfüllt mit der wohltuenden energie dieser farbe grün und ich zähle nun bis drei bei drei erscheint ein gong schlag und du öffnest deine augen wieder du bist ausgeruht und frisch und kannst wieder entspannt und aber auch aktiv wenn du das magst in deinen weiteren tag oder den abend starten eins zwei drei drei vielen dank ich wünsche dir alles gute und ich wünsche dir alles